und hallöchen meine eisenbahnfreunde ich bin hier heute mal unterwegs von Cottbus nach Karlau. Ich fahre hier in einem modernen Doppelstock-Mittelwagen weil hier fährt mal einer als Ersatz und es ist sehr schön. Ich bin schon sehr lange nicht mehr mit einem Doppelstock gefahren und mit einem modernen Fahrer nicht mehr. Ich hoffe dieses Video wird euch gefallen. Also viel Spaß! Ja, ich bin schon sehr gespannt. Rauschen beim Bis zum nächsten Mal. Und zwar die Frühstück und bis zum nächsten Mal. Ich bin schon sehr gespannt auf den Hauptaufwand. Ich bin schon sehr gespannt auf den Hauptaufwand und die Küche. Und dann habe ich es in dieser Nacht funktioniert. Ich bin schon sehr gespannt auf die Luftflugge-Mittel sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020